und draw time in seconds 80 sekunden natürlich deutsch und es geht los und wer zeichnet ist ein langes wort warum nehme ich braun scheiße danke ja das ist ein feuer aber was ist das wort ja ich wusste das ist feuer aber ich wusste nicht was was für ein feuer er meint ich war nur braun nur was er verdrängt lagerfeuer nehmen hat erkannt dadurch dass die balken so quer gemacht hast wusste ich auch was du meinst direkt aber ich wusste nicht mehr genau recht direkt das wasser genommen bei braun ich habe ja du hast du nicht gemalt habe ich wasser genommen da hat nur ja auch schon immer noch genommen schreibt man das dann war ja genau so offensichtlich weiß man ja der mit L er ist der verkackt das natürlich jetzt Doppel L Doppel L Doppel D sehr gut sehr gut hab ich schon du hast noch ein bisschen Zeit das ist das nicht das E hättest du auch noch verwenden müssen ja wieder falsch Oben ist schon mal ein E-Release auch Dööööением Dösse Tissen ведert schwierig dachte einfach so misst gabel aber dann hast du weiter gemacht er hat gecheckt du bist dran war das muss ich noch keiner wollen es ist zu lang das ist ein arsch da kann ich nicht oh noch ist schon knapp dran mir kam kein ja richtig aber ich verstehe es auch nicht weiß ich was das heißen soll stinkt was ist das für eine rechtschreibung wir haben verstanden dass es so kurz sein soll ja was ist denn ob oh mein was ist denn ob ich kenne das wort nicht ich weiß nicht welches wort es sein soll ein anderes wort für ja das sagt ihm heute gleich wow ein ups ja jetzt sind da schöne wörter kacke ich hätte auch eine bar kacke ist es ok kacke ich wusste jetzt nicht wie man israel zeichnet deswegen mache ich es das ist eine tür ein auto wie grab hat doch vier mutstaben passt doch was zur hölle easy gut gezeichnet ich mache einen Daumen hoch hier weißt du er rafft jedes mal nicht was es sein soll und dann wenn es klappt das ist einfach voll einfach es also als er angefangen hat die punkte da rein zu malen das gelbe ding da war es da war es echt easy ja ja ok übertreib jetzt nicht noah doch ich muss es wissen es fängt er weiß aber doch nicht na raffst du nicht ich raffst du nicht mal mal mehr jetzt ist mein geld zack dazu malen sollen safe ja ist doch ein schöner safe ich fand es gut ne hast du noch nie einen safe gesehen oder doch aber der sieht anders aus wir erkennen diesen alten safe ne so immer was schwierigeres so viel disordert habe ich noch nicht gezockt tauli es ist tauli von sarspark moment das war nicht so gut das sehe ich gemeldet noah gemeldeten blammer buchstaben keine ahnung wie viele buchstaben da oben sind ich habe nicht nachgezählt schau nicht zählen nie das ist ein alien das ist ein alien famous fack mit p an extra schwieriger bis genau ja lass den jetzt noch richtig schreiben das schreibt man noch anders da? ja ne auch nicht so französisch lolle ne französisch Noah drei jahre französisch hier abitur französisch wieder hafen und dann ich kann es nicht mit AIT hallo ihr noobs ey man so schlecht ja schlecht gemalt hauptsache ihr habt 30-40 sekunden an das wort gewusst und es falsch geschrieben du hast es aber auch voll lange gebrochen bis du es gezeichnet hast ich habe mir absolut schwieriger das genommen wir haben 80 sekunden zeit wenn du 40 sekunden zum rechtschreibung und für die rechtschreibung brauchst dann brauchst du dich nicht beschweren Jungen kommt ein Leucht ah die sonne es ist die sonne genau Mist einem N alter das ist noch nicht fertig Machen wir es mal hier ein bisschen schneller da 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 was soll das denn sein gleich erkennt es steht euch vor das ist alles gelb okay safe ja banget einfacher geht es nicht alles ist schneller zack Noah abgezockt auf einmal wisst ihrs oh jetzt nehme ich ein richtig böses wort ach warum ich nehme mal die einfachen für euch Das ist eine Dreckssäcke. Nur weil ich nicht schreiben kann. Das ist ein Hase. Das ist ein Hase. Ich glaube, er hat einen epileptischen Anfall. Nein, das ist das Wort. Epilepsie. Ah, ich glaube ohne IE. Epilepsie. Soll ich euch einen Anfangsbuchstaben geben? Was ist das denn für moderne Kunst, Noah? Ein anderes Wort für moderne Kunst? Ja, aber kenne ich nicht, sag mal. Sag mal Buchstaben. Nee. Was wird euch angezeigt? Ein G? Ein K an dritter Stelle. Also, der ist ja behindert oder wirklich ein Anfall? Nee, es ist moderne Kunst. Aber was ist das denn für ein... Es kann doch nicht moderne Kunst haben. Es ist eine moderne Kunst, die man nicht in moderne Kunst nimmt. Es ist keine moderne Kunst. Hä? Geh mal bitte einen normalen Kontext hier, bitte. Also, es soll irgendwas kunstmäßiges sein, aber... Ich würde jetzt sagen, es ist perfekt gezeichnet, das Wort. Na dann. Gekritzelt, ja. Okay. Ist voll moderne Kunst. Voll moderne Kunst. Ich soll mal gekritzeln, zeichnen. Man kritzelt einfach. Ja, kritzel, aber sag doch nicht, dass es moderne Kunst ist, du Vogel. Ja, komm, ich finde moderne Kunst ist teilweise auch möglich, gekritzeln. Jetzt wird's feindlich. Jetzt wird's feindlich. Warum? Warst du auf meinen Abschlussball? Nein. Nein. Genau, direkt ausprobiert. Ist das ein Smiley? Klar, so ist es. Lächeln. The fuck? Ja, danke. The fuck. War nicht feindlich? So schlecht gezeichnet. Die? Oh, oh. Ich hab da nur ein Gesicht gesehen. Dreiecke? Fast doch, oder? Ja, ja. So fing alles an. Oh, scheiße, Alter. So fing alles an. War ich jetzt in der Verkehrskontrolle? Nur bei Lara Croft fing so alles an. Was? Aus Straße. Verkehrskontrolle. Du? Spasti. Äh. Warte, ich hab keiner über das schreiben. Ich wurde bei Felde, fünf Wörtern. Was denn? Rennstoffzelle. Das ist nicht Rennstoffzelle. Das juckt ein bisschen, wenn es auf die Haut kommt. Das kann man nicht zeichnen, ja. Das juckt, wenn es auf die Haut kommt. Ja. Mal nochmal. Hier, Daumen nach unten. Guck, 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 guck. Da ist ein Männlein. Das kriegt jetzt diesen grünen Tropfen ab. So, pass auf. Hier. So, und jetzt ist der natürlich, da hat es den nächsten Tropfen abgerückt. Voll. Mad. Was ist das denn? Ur... Was ist denn Ur? Es juckt. Ich find's mit der Erklärung gut. Es juckt höllisch. Ja. Brennt sich fast durch die Haut. Aber ich glaube, dass sie noch nie das auf die Haut bekommen. Ey, was kommt denn auf die Haut? Säure. Wow. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Das verätzt. Es ist ätzend. Naja, aber... Hast du schon mal Säure auf die Haut bekommen? Ja, Amaisensäure. Ja, das... Uuh, Spacko. Du Spaste ey. Es ist ein Block. Das ist ein Bügeleisen. Wo sieht das aus mit Bügeleisen? Oh, ist alles weg. Daumen nach unten, Noah. Daumen nach unten hier. Scheiße. Ja, aber gar nicht. Jetzt... Ja. Okay. Sperma. Es ist Sperma. Aus... Was ist das Ding? Eisen? Blei? Was soll das denn sein? Gib schon mehr Farbe. Nein. Das ist ein Arsch, wo drin so ein Ding steckt. So ein Tortilla Chip. Aus wie ein Arsch mit einem Tortilla Chip dazwischen. Wie ist es nicht Zwiebel gewesen? Ja, kommt schon. Was ist das denn? Das ist... Ein Ring? Das ist ein Grab. Nein, das ist oben, du Spacko. Ja, das ist oben, das ist ein Goldsack. Aus was für schriegenden Ringe? Ja, aus allem mögliche, eine Art von Metall. Habe ich ja geschrieben. Metall, Aluminium, Tomate, Zerde, Zwiebel. Ach, Zwiebelringe. Habe ich noch ein Zwiebelzeltring. Es sah aus wie ein Zelt. Also... Glaub schon. Das unten sieht aus wie ein Zelt. Sieht aus wie ein Barren. Sieht aus wie ein Barren, wenn ich dich hau. Wieso ist die Farbe denn noch ausgewählt? Moment. Geht gar nicht. Erstmal Daumen runter. Es war blau und jetzt ist es weiß. Schlecht das? Das ist Mülleimer. Papierkorb. Der probiert es einfach. Warum nicht? Das ist kein Mülleimer. Boah, es würde sogar rein theoretisch einpassen. Denk mal einfach. Denk mal einfach. Ganz einfach. Nee. Wie, nee? Scheiße. Fanta. Fanta ist nicht braun. Ich weiß es nicht. Was ist das? Holz. Zwei Tee? Hm. Jetzt bin ich verwirrt. Das machen wir auf Holz. Tisch. Was ist der Tisch aus? Holz. Wenn man sich so wenig Mühe gibt. Dann kriegt man ein Brett vor den Kopf. Richtig. Wo ist das ein Brett? Das habe ich mir auch gedacht. Hä? Das ist ein viereckiges Holzstück mit Maserung. Ja, aber die Maserung ist scheiße. Ja. Ich habe hier meinen Tisch angeguckt. Ja. Auf jeden Fall bedanken wir uns jetzt mal fürs Zuschauen. Ihr seid so Affen, ey. Ey. Wissen Affen, guck dich mal an. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Adios. Tschüss.